Willkommen bei zur Vorschau. Im heutigen Video sehen wir uns die besten Mixer Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Langlebigkeit und mehr aufzulisten. Wenn du den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchtest, kannst du die Links in der Beschreibung anklicken. Legen wir jetzt also am besten gleich mit der Liste. Angefangen auf Platz Nummer 5 haben wir der AEG Mini Mixer. Sie suchen einen leistungsstarken und hochwertigen Mixer, mit dem Sie köstliche Smoothies, Shakes und vieles mehr zubereiten können? Dann ist der AEG Mini Mixer SB2700 Standmixer genau das Richtige für Sie. Mit seinen extra feinen Mixergebnissen und seinem 0,4 PS Motor ist dieser Standmixer perfekt für alle Ihre Mixbedürfnisse. Außerdem werden zwei spülmaschinenfeste und bruchsichere 600 ml Tritanbehälter mitgeliefert, sodass Sie Ihre Lieblingsgetränke jederzeit und überall mixen können. Der AEG Mini Mixer SB2700 Standmixer ist der perfekte Begleiter für alle, die unterwegs sind und auf einen guten Drink nicht verzichten wollen. Dank seiner kompakten Größe und dem leistungsstarken Motor ist er ideal für die Zubereitung von Smoothies, Shakes und anderen köstlichen Getränken. Ob im Büro oder im Büro oder im Büro oder im Büro. Nummer 4 ist der Russell Hobbs. Der Russell Hobbs Mix und Go Steel Blender ist ein Smoothie Maker, der bis zu zwei Tassen Zutaten auf einmal püriert. Dieser Mixer verfügt über einen leistungsstarken Motor mit 0,4 PS und 300 W für bis zu 23.500 Umdrehungen pro Minute. Der Mix und Go Steel zaubert in Sekundenschnelle einen Smoothie. Er ist ideal für die Zubereitung von Dips, Pestos und mehr. Die beiden spülmaschinenfesten Kunststoffbehälter mit Deckel sind perfekt für Ihre Zutaten, während der Getränkebehälter aus robustem Tritan bis zu zwei Tassen fasst. Der Mix und Go Steel verfügt über eine praktische Trageöse, sodass Sie Ihren Smoothie auch unterwegs genießen können. Der Russell Hobbs Mix und Go Steel Blender ist the perfect choice for anyone who wants to quickly and easily make delicious Smoothie. Platz Nummer 3 haben wir der Amazon Basics. Dieser Amazon Basics Standmixer ist perfekt für die Zubereitung von Smoothies, Soßen, Dips, Cocktails und mehr. Mit einer Leistung von 1500 Watt hat er genug Power, um auch die dicksten Zutaten zu verarbeiten. Die abnehmbaren Teile sind leicht zu pflegen und zu reinigen, einfach in die Spülmaschine stecken. Der Behälter besteht aus BPA-freiem Tritan-Kunststoff und hat ein Fassungsvermögen von 1,5 L für Flüssigkeiten. Die rutschfesten Saugnapfüße halten das Gerät sicher auf der Arbeitsplatte. Der Amazon Basics Standmixer bietet sechs Geschwindigkeitsoptionen, damit Sie Ihre Zutaten immer so verarbeiten können, wie Sie es möchten. Die Pulsfunktion ermöglicht eine kurze, intensive Verarbeitung für zusätzliche Kontrolle beim Mixen. Nummer 2 ist der Philips. Eine vielseitige Küchenmaschine mit über 30 einzigartigen Funktionen, die Ihre Küchenanforderungen erfüllen. Die HR7778-00 ist mit einem Metallknethaken für perfekten Brotteig und einem Metallschneebesen für Sahne und Eischnee ausgestattet. Die verkromten Wahltasten sind einfach zu bedienen und verfügen über 12 Geschwindigkeitsstufen, einschließlich Turbo und vorprogrammierte Tasten zum Kneten, Schlagen und Zerkleinern von Eis. Diese Philips Küchenmaschine bietet zusätzliche Sicherheit dank des Schüsselschutzes, der sowohl Sie als auch Ihre Küche vor Verletzungen schützt, während das Gerät in Betrieb ist. Der Schüsselschutz verhindert außerdem das Verspritzen von Flüssigkeiten. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Philips HR3556. Der Philips Mixer ist der weltweit erste Mixer mit einer Trinkflasche. Er verfügt über einen 2 Liter Glasbehälter und einen 700 Watt Motor für leistungsstärke Pyria-Ergebnisse. Mit diesem Gerät können Sie alles mixen, von Eis bis hin zu gefrorenen Früchten, Nüssen und Gemüse. Die ProBlend6-Technologie ermöglicht es den Klingen, sich in drei Stufen zu drehen, um feinere Ergebnisse zu erzielen. Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung können Sie die Geschwindigkeit Ihres Mixers ganz einfach anpassen von weichen Zutaten wie Joghurt oder Babynahrung bis hin zu harten Zutaten wie Eis oder gefrorenen Früchten und Gemüse. Mit dem ergonomischen Griff lässt sich der Mixer leicht bedienen und die festen Füße halten ihn an Ort und Stelle. Der Philips HR3556 Mixer ist BPA-frei und Spülmaschinen geeignet. Wie immer findest du alle Links zu diesen Produkten in der Beschreibung unten. Danke fürs Ansehen und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, gib ihm doch ein Like und teile es. Und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr coole Videos wie dieses.